Wir sind in den späten Abendstunden alarmiert worden auf die Bonnstraße, Ecke Schmittenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Bei Eintreffen war das Lagebild wie folgt, eine Person konnte bereits eigenständig den Pkw verlassen, eine zweite Person war im Pkw eingeklemmt. Die Person, die sich außerhalb des Fahrzeugs nicht befand, ist in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert worden, mittlerem Verletzungsmuster. Die Person, die im Pkw eingeklemmt war, ist leider ihren Verletzungen erlegen. Der Pkw ist seitlich auf die Ampelanlage geschoben und hängt da jetzt ein bisschen fest. Wir sichern den Pkw jetzt, versuchen diesen von der Laterne ein bisschen frei zu ziehen, um dann den Rest des Ampelmastens abzusägen und ihn dann wieder auf alle vier Räder zu stellen, um die verstorbene Person abschließend dann zu bergen. Also zur Absicherung der Einsatzstelle haben wir einen dreifachen Löschangriff vorbereitet, wie sich das standardmäßig gehört. Wir haben des Weiteren die Spannungsversorgung der Ampelanlage unterbrechen lassen, sodass wir gefahrenfrei unsere Einsatzkräfte am Pkw gleich auch tätig werden können. Also wir gucken, dass wir einen Minimalansatz an einzugesetzten Einsatzkräften im vorderen Einsatzbereich haben und darüber hinaus stehen allen Einsatzkräften ein sogenanntes PSU-Team zur Verfügung, sodass wir Betreuung sichergestellt haben für eigene Einsatzkräfte. Ja, wir sind noch dabei, den Pkw von dem Ampelmast zu befreien, zurückzukippen auf die eigenen vier Räder und die verunfallte Person dann schlussendlich zu bergen. Insgesamt sind wir mit circa 30 Einsatzkräften hier vor Ort. Im Einsatz befindet sich zum einen die Hauptamtliche Wache und der Löschzug Herr Mühlheim, des Weiteren der Rettungsdienst der Kommunen Hürth und Brühl und die Polizei ist mit an der Einsatzstelle. Um circa 23.25 Uhr gab es einen Notruf bei unserer Einsatzleitstelle. Verkehrsunfall, wir sind hier in Hürth-Fischenich. Wir hatten einen Pkw, der gegen den Laternenmast bzw. Ampelmast gefahren war und einen weiteren Pkw, der flüchtig ist. Die Maßnahmen der Polizei sind erstmal natürlich die Verkehrsunfallaufnahme. Dazu sind Kollegen aus Köln hinzugezogen worden, Spezialisten des Verkehrsunfallteams. Weitere Maßnahmen sind Ermittlungen, um herauszufinden, wie der Unfall sich ereignet hat. Veränderung des Verkehrsunfallens.